Frau Eich, was kommt denn da schon wieder von draußen rein? Frau Eich, was kommt von draußen rein? Kann doch nur was Werfges sein. Alle wollen was von mir. Saugen wir die Energie einfach weg. Nur zu ihrem eigenen Speck. Die Fragen, dumme Fragen, wollen wir was sagen, wie ich mein Leben leben soll. Davon hab ich jetzt die Schnauze voll. Ich mache diesen Wandel nicht mehr mit. Nein, ich will das nicht, ich will das nicht, ich mag es nicht, ich tue das nicht. Lass mich doch mit mir selbst zufrieden sein. Nein, ich will das nicht, ich will das nicht, ich mag es nicht, ich tue das nicht. Lasst mir meine Ruhe. Die Tür bleibt zu. Dreht euch um. Und geht weg. Frau Eich, was kommt von draußen rein? Kann doch nur was Werfges sein. Denn alle wollen was von mir hören. Auch wenn dir nur meine Zeit, wie viel für mich übrig bleibt. Interessiert sind nur mit Furcht und Dreck. Fragen, dumme Fragen, wollen mir was sagen. Wie ich mein Leben leben soll. Davon hab ich jetzt die Schnauze voll. Ich mache diesen Irrsinn nicht mehr mit. Und gerade sitze ich gemütlich rum. Ich freue mich und bin zufrieden. Da fliegt mir zu an der Tür und stürmt mir wieder ein Papier. Also mitten in mein Gesicht. Der Sorg. Lass mich rein. Löffel mir die Tür. Das ewige Leben. Ja. Das verspreche ich dir. Und das soll ich dir glauben. Du willst nur an mir saugen. Nein, ich will dich nicht. Ich mag dich nicht. Ich tu das nicht. Das Schinder aus meinem Gesicht. Die Tür bleibt dicht. Das wird meine Ruhe. Die Tür bleibt zu. Dreh dich um. Und geh weg. Die Tür bleibt geschlossen. Die Tür bleibt geschlossen. Dir könnt mich mal. Ich lasse niemand rein. Ich bleib nämlich am Lauf hin. Ich bin zufrieden, wie es ist. Ich will eure Veränderung nicht. Lass mich in Ruhe. Die Tür bleibt zu. Draußen ist der Alltagstirr. Sie sind voll am Toren. Meine Nerven hängen am Trappi zu überwohlen. Und das alles ohne Netz. Mir langt es jetzt. Ich mache diesen Irrsinn nicht mehr mit. Nein, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich mag das nicht. Ich tu das nicht. Lass mich doch mit mir sehr zufrieden sein. Nein, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich mag das nicht. Ich tu das nicht. Lass mir meine Ruhe. Die Tür bleibt zu. Dreht euch um. Und geh doch alle weg. Ruhe. Stille.